Shri Brahma Samhita, die Hymne des Schöpfers, His Divine Grace Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Inhalt Zur vorliegenden Übersetzung Vorwort zur englischen Ausgabe Einleitung Shri Brahma Samhita Shri La Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Klosar, Anleitung zur Aussprache des Sanskrit. Zur vorliegenden Übersetzung Die deutsche Übersetzung der Brahma Samhita wurde ursprünglich vor über 20 Jahren erstellt und daraufhin von verschiedenen Personen mehrmals überarbeitet. Die deutsche Redaktion dieses Buches hat versucht, möglichst originalgetreu und dennoch verständlich zu bleiben. Das englische Original ist eine Übersetzung aus dem Bengali, die in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts entstand. Im Indien der damaligen Zeit hatte in religiösen wie intellektuellen Kreisen das viktorianisch-britische Englisch des 19. Jahrhunderts einen starken Einfluss, sodass der Originaltext teilweise sogar für englische Muttersprachler unserer Tage nicht ohne weiteres verständlich ist. Um im Falle schwieriger Ausdrücke und Passagen dem ursprünglichen Sinn gerecht zu werden und nicht raten zu müssen, haben die Übersetzer hin und wieder den bengalischen Originaltext von Bhakti Vinod Thakur zurate gezogen. Bestimmte Fachausdrücke und Sanskrit-Begriffe werden durch Fußnoten erläutert oder im Klosar in Klammer Anhang erklärt. Die Fußnoten wurden zum besseren Verständnis von der deutschen Redaktion hinzugefügt und befinden sich jeweils am Ende des Vorworts, der Einleitung und des letzten Verses in Klammer 62, wobei die Nummerierung jeweils mit 1 beginnt. Die Fußnoten wurde im Klosar in 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 Klosar. Klosar in 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 K